Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead Episode 5. Ja, Clementine ist vom Führer befreit worden von mir, ich habe ihn aber am Leben gelassen. Der ist nur K.O., weil wir haben ihm ja auch die Nahrung gestohlen und alles und seiner Familie ging es halt auch nicht gut und er ist halt auch einfach nur ein Opfer dieser Zeit und deswegen bringe ich jetzt Clementine rauf zum Zug, wo die anderen zwei schon wachten und habe sie eingeschmiert mit dem Zombie-Blut und so und hoffe, dass wir so bei den Zombies vorbeikommen, ohne dass sie uns attackieren. Ja, da müssen wir jetzt durch. Ja, da müssen wir jetzt durch. Oh, das ist die Butter. Let's Play Flie, wake up. Das sieht nicht gut aus. Das ist verrückt. Ah Toilin, es kommt aus dem Hals. Mein Arm ist weg, weil ich es verletzt habe. Warum würde du das tun? Weil ich bin klar. Please, nein, nein. Das ist nicht wahr. Ja, das ist. Ich bin sorry, Clementine. Ich sollte dich ausführen. Ich kann nicht jetzt. Ich weiß. Ich denke, es könnte ein Weg nach oben sein. Das ist ein Knackler. Das ist ein Knackler. Das ist ein Knackler. Ich werde dich helfen. Ich werde dich helfen. Ich habe dich bekommen. Du kannst mich aufhören, wenn du musst. Ich bin okay. Ich bin okay. Ich dachte, ich würde dir helfen, indem du in hier bringst. Du kannst nicht wissen. Ich sollte dir sagen. Es war schrecklich in dem Hotel. Ja. Keep going. Wir sind fast da. Get up, Lee. The door is right here. Ich kann nicht. Du musst. Damn, ich kann nicht mehr. Das ist es für mich hier. Please, please, try to get up. Wäre ja cool, wenn man jetzt die Clementine spüren würde. Muss ich hier schneller A drücken? Das kann doch nicht sein. Ich... ...weil nicht mehr Zeit. Du musst etwas tun. Fast. Wie was? 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 Du musst, dass ich nicht schreiten. Du musst, aber... Du musst, doch. Dann... ... ich will. Du wirst. Du wirst, was musst du machen. Nein. Ich kann nicht. Da ist kein Weg. Ich muss mich wohl irgendwie selbst umbringen. Ich muss mich wohl irgendwie selbst umbringen. Du wirst, was? Du wirst, was? Ich kann nicht mehr. Du wirst, was? Du wirst, was? Du wirst, was? Das ist ein Verlangenes Brass. Gut, gut. Keine Angst von ihm, honey. Er ist smart. Er ist es. Er ist smarterer als alle. Ich werde dich in da, aber keine Angst. Wir sind gut. Der Weg raus ist durch da, Clem. Ich weiß. Grab die Stimme, Clem. Use es um in die Glock. Dann, öffne. Er ist... er ist trapped. Das wird einfach, dann. Er hat die Gehe. Probierlich zu der Tür. Und alles, was du brauchst. Er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Okay, Nick. Er ist weg. Er ist weg. Genau, jetzt feseln mich bei Hedra. Was der Herr kommt auf mich? Entfernt mich an das? Warum? Warum? Er ist weg. Guck mal. Er ist weg, dann. Ich weiß nicht. Er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Ich möchte das machen! Du musst es. Es wird dich sicher sein. Ich werde nur mit ihm dealen. Er ist da oben da. Du musst dir was du von ihm. Und die Schlüssel. Und dann die Schlüssel. Ja, die Schlüssel und die Schlüssel. Keine Ahnung. Wenn alles gefährlich ist, du bist schneller als er ist. Was muss ich erst? In der Kunt, oder in der Kunt? Ich hole ihn! Schau dir das! Schau dir! Schau dir! Aua! Aua! Schau dir das! 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 Du kannst dich sich umschlossen. Schau dir? Nein, nicht immer. Ja, du kannst. Schau dir das nicht. Schau dir das. Schau dir nach. Du kannst dich aufhörern, Kleemann. Du kannst alles machen. Aber ich bin klein. Das bedeutet nichts. Du sagst nichts, aber es ist okay. Meine Eltern. Es ist so schrecklich. Ich kann nicht vorstellen, dass du es. Und jetzt, du? Bitte. Bitte nicht sein von ihnen. Bitte nicht ein Walker. Es gibt nur eine Sache, die du kannst. Du wirst das wissen. Ich weiß nicht, ob ich kann. Du musst mich schrauben, Frau. Bitte nicht. Es ist okay. Es ist okay. Clem, ich war auf dem Druck, mit dem Schrauben. Es war so schwer. Ich bin sorry, dass du in dieser Position jetzt bist. Ich gebe dir nichts für dich nicht zu sein. Ich weiß nicht, wie sie sagte. Du musst nur auf mich schrauben. Schrauben deine Augen. Und du bist glücklich. Du musst mich nie sehen. Du kannst es machen. Ich weiß, dass du kannst. Okay, Leigh. Ich kann es machen. Ich kann. Du kannst. Du musst, Krista. Du bist zusammen, Krista. Du bist, außerhalb der Stadt. Du hast es gesehen, wie sie zurück kamen. Du denkst, wie sie zurückkommen? Ja. Gut. Sie werden dir gut geholfen. Und Glimm. Kacke das Haar kurz. Ich werde. Ich werde es selbst kackeln. Ich spiele bestimmt in der 2. Staffel, die 2014 kommen soll. Freue ich mich jetzt schon drauf. W-what? W-what ist es? Nein, keine Angst. Okay. Beide dich besser. You'll be okay. Farewell. Auf den Kopf. Denken! The Walking Dead. Es ist schade, dass man das nicht mehr sieht, wie sie da hinkommt. Vielleicht kommt das jetzt noch, ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Also wer die Fernsehserie noch nicht kennt, die ist auch echt toll gemacht. Drei Staffeln gibt es schon. Dune 71% den Arm entfernt. Dune 25% der Spieler ruhig mit Kenny diskutiert. Waffe aufgeben, Clementine sind Führer getötet, Lies Wandlung gestoppt, Start drücken. Auch nochmal interessant, was mit denen passiert ist. Ja, das war The Walking Dead, die erste Staffel. Sehr coole Story. Echt atmosphärisch. Ich freue mich schon auf die zweite. Ich hoffe, dass man da ein bisschen mit der Clementine spielt. Vielleicht spielt sie auch ein paar Jahre später. Also es kam auch ein Add-on vor ein, zwei Wochen, glaube ich, raus. Diese 400 Tage, da muss ich mal schauen, ob ich da irgendwie da was mache. Spiel fortsetzen geht ja jetzt nicht. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns vielleicht bei 400 Tage, dem Add-on, was da rausgekommen ist, wo es aber eine separate Story ist. Oder vielleicht bei der zweiten Staffel. Bis demnächst, euer Chojin. Ja, so wie es aussieht, kam nach dem Abspann noch ein bisschen was. Und deswegen hänge ich das hier noch mit dran. Tja, da geht es allein irgendwo in der Wildnis. Komisch, dass sie nicht zum Zug gegangen ist. Ah, das können die zwei sein. Sehr gut. Die Zombies gehen zu langsam. Äh, also normalen Schrittes. Nicht so abgehakt. Ja, ziemlich offen, wie gesagt. Ja, das wollte ich aber natürlich noch dranhängen. Und 400 Tage bald verfügbar. Bis demnächst, euer Chojin.